Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Monika Schmauser. Ich bin Dozentin für Autogenes Training an den Paracelsus-Schulen und ich möchte Ihnen heute die Seminarleiterausbildung Autogenes Training Grundstufe vorstellen. Das autogene Training ist eine weltweit wissenschaftlich anerkannte Entspannungsmethode und wurde von Prof. Dr. Dr. Johannes Heinrich Schulz in den 1920er, 1930er Jahren aus der Hypnose entwickelt. Das autogene Training ist aber nicht Hypnose, sondern es wurde aus der Hypnose entwickelt. Autogenes Training basiert auf Autosuggestion, also Selbstbeeinflussung. Es besteht aus der Ruheformel, zum Beispiel ich bin vollkommen ruhig und gelassen und den sechs Übungen. Der schwere Übung, der Wärmeübung, der Atem- und Herzübung, der Sonnengeflechtübung, der Kopfübung und am Schluss folgt die Zurücknahme. Die Seminarleiterausbildung Autogenes Training Grundstufe besteht aus Theorie und Praxis. Die Theorie beinhaltet die Geschichte des autogenen Trainings, die Funktionsweise, die Vorsatzformelbildung, die einzelnen Übungen werden genau erklärt und Themen sind das vegetative Nervensystem sowie Stress. Im Praxisteil wird das autogene Training eingehend geübt und ich gebe Ihnen noch ein paar gute Tipps zur Kursgestaltung mit auf den Weg. Das autogene Training kann sowohl in der Gruppe als auch in Einzelsitzungen erlernt werden. Die Seminarleiterausbildung Autogenes Training Grundstufe ist gedacht zum Beispiel für Therapeuten mit eigener Praxis, aber auch für die Arbeit in Wellness-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. Es ist aber natürlich auch für alle an Entspannung interessierte. Ich beschäftige mich schon seit lange mit dem Thema Entspannung. Ich praktiziere auch das autogene Training schon seit über 25 Jahren selbst. Ich bin Seminarleiterin mit Leidenschaft für die Grundstufe, für die Oberstufe und für Kinder-AT und bin seit 2009 erfolgreich selbstständig. Habe ich Ihr Interesse geweckt? Ich freue mich auf Sie.